Hallo ihr Lieben, heute tragen wir mal gemeinsam die 5 neuen Produkte aus der Bright Reveal Reihe von L'Oreal Paris auf. Genau, die ist nämlich gegen Pigmentflecken, unter anderem Aknemale, Sonnenflecken und Altersflecken. Und ihr habt gerade schon in meinem Gesicht gesehen, ich habe da so ein paar, ja Sonnenflecken sind das. Und genau, wir haben hier als erstes den Cleanser, wird auch Serum in Cleanser genannt. Ja, das wird natürlich ganz normal benutzt wie ein Waschgel. Hier haben wir auch ein Serum. In allen Produkten sind Niacinamide enthalten, die nachweislich Pigmentflecken aufhellen sollen und auch vorbeugen sollen. Ja, hier haben wir ein Peeling, danach unbedingt Sonnenschutz benutzen. Ich habe es jetzt auch nur punktuell angewendet, weil meine Haut da immer sehr empfindlich ist. Also auch wenn ihr da ein bisschen empfindlicher sein solltet, lieber ein bisschen vorsichtiger, einmal in der Woche oder zweimal. Hier haben wir zwei Pflegeprodukte, das hier ist das Sonnenfluid. Das könnt ihr, ihr seht, die Konsistenz ist etwas flüssiger. Das kann man ganz gut sogar hoch bis zu den Augen hin auftragen. Natürlich nicht ins Auge schmieren bitte. Und ja, das gefiel mir auch wirklich sehr gut, hat keinen weißen Film hinterlassen. Und dann haben wir noch die normale Tagespflege, die ebenfalls nicht...